Herzlich Willkommen bei DEWI Dividende, dem YouTube-Kanal für alle Einkommensinvestoren und die, die es gern werden wollen. Mein Name ist immer noch Anton Kneupel und ihr seid hier richtig, wenn ihr euch mit Hilfe eures Vermögens ein zusätzliches Einkommen über die Weltbörsen aufbauen möchtet. Im heutigen Videobeitrag soll es mal um das Thema Meinungsbildung zu bestimmten Börsenthemen gehen. Es soll aber auch darum gehen, weshalb sich eine Meinung zu bestimmten Börsenthemen zu bilden, möglicherweise sogar problematisch sein kann und es soll darum gehen, warum Demut so ein entscheidender Faktor beim Investieren ist. Und zwar die Demut, dass man eigentlich von vielen Dingen, wo man nicht explizit tief drinsteckt als Experte, dass man eigentlich von vielen Dingen keine Ahnung hat. Darum soll es heute gehen. Grundsätzlich erstmal muss man sagen, dass sich eine Meinung zu bestimmten Themen zu bilden, also ich bin der Meinung, dass das und das besser ist oder dass jenes besser ist oder dass jenes schlechter ist, sich eine Meinung zu bilden ist grundsätzlich evolutionär gesehen total sinnvoll. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen abstrakter das Ganze betrachten oder so ein bisschen vereinfacht betrachten, wenn wir überlegen, dass unsere Vorfahren vielleicht vor einigen tausend Jahren mal durch den Urwald gelaufen sind. Und es gab zwei Wege. Einen, der war relativ gut beleuchtet, alles ebenerdig, keine Hindernisse, hinter der ein Feind lauern könnte oder eine giftige Schlange. Und ein anderer Weg, da ist es dunkel, viele Versteckmöglichkeiten. Intuitiv sieht der Weg nicht besonders attraktiv aus. Da war es überlebenswichtig damals zu solchen Zeiten, sich eine Meinung zu bilden, okay, anhand meiner Wahrnehmung halte ich diesen Weg für besser und gehe diesen Weg, weil das meine Überlebenschancen erhöht. Und weil eben alle die, die darauf gehört haben, auf diese Intuition, dass dieser Weg der bessere ist, dadurch, dass die eben höhere Überlebenschancen hatten, seltener gestorben sind, haben wir das eben als heutige Menschen auch, dass wir uns Meinungen bilden, überlegen, was ist gerade aktuell der beste Weg, was sind die besten Optionen für mich. Heißt, das ist grundsätzlich völlige Normalität, dass wir das machen. Die Situation ist bloß die, wir können dieses, was ist der beste Weg, ich bilde mir eine Meinung, dieses Denken, das können wir nicht einfach auf die Börse übertragen, beziehungsweise wir sollten es auch gar nicht auf die Börse übertragen. Denn wenn wir das jetzt mal, dieses Weg denken, jetzt mal auf die Börse übertragen und ich bediene mich jetzt hier mal einem ganz simplen Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal einmal Amazon als Investitionsmöglichkeit und dann nochmal die Alibaba-Aktie. Ich weiß, das sind nicht exakt dieselben Geschäftsmodelle. Der Vergleich hinkt wahrscheinlich an manchen Stellen, aber um es jetzt mal ganz einfach mit bekannten Unternehmen zu sagen, denken wir jetzt einfach uns das mal so, wir haben zur Auswahl eine Amazon-Aktie und eine Alibaba-Aktie. Und dann rattert bei den meisten von uns schon das Gehirn, die Evolution, die evolutionären Dinge in uns, die arbeiten da und geben uns eine Meinung und ein Bauchgefühl, welche Aktie aktuell die bessere ist. Und bei den meisten ist die Meinung, Amazon ist das bessere Unternehmen, weil natürlich fundamental eine gute Entwicklung, das ist klar. Aber vor allem ist das regulatorische Umfeld natürlich bei einer Amazon deutlich freundlicher momentan zumindest als bei Alibaba. Da haben wir eben auf Seiten der Politik, auf Seiten des Regulators haben wir da erhebliche Risiken bei Alibaba. Und deswegen tendieren wir ganz im Sinne dieser Wegentscheidung, was ist der sichere Weg intuitiv, tendieren wir dann zu einem Weg, zu einem Wertpapier in dem Fall und sagen ja, das wird schon der bessere Weg sein. Das Problem ist bloß, diese Meinung hat keinen Wert, wenn das auch alle andere an der Börse denken. Heißt, diese typische, diese evolutionäre Denkweise, die bringt an der Börse überhaupt nichts, weil es geht ja ums Geldverdienen. Und wenn alle anderen es ebenso denken, dass Amazon das sicherere, das bessere Investment ist, dann haben wir einfach die Situation, dass mehr Geld in Amazon fließt, weniger Geld in Alibaba. Heißt, die Risikoprämien in Form der Bewertungen, die verändern sich extrem oder was heißt, die sind einfach, was heißt das also, die Bewertungen sind einfach extrem unterschiedlich, da bei dem einen Unternehmen eben eine relativ niedrige Risikoprämie gefordert wird, in dem Fall Amazon und bei dem anderen Unternehmen eine sehr hohe, eine recht hohe Risikoprämie in Form der Bewertungen gefordert wird. Heißt, in einer Netto-Betrachtung nach den Risikoprämien in Form der Bewertungen kann es gleich attraktiv sein, in beides zu investieren. Wenn wir die Bewertungen mit einberechnen und die Risikoprämien, dann kann man nicht mehr sagen, welches das bessere Investment ist. Wenn vor uns niemand diese Gedanken gehabt hätte, dann wäre das was anderes, dann könnte man sich ganz leicht entscheiden. Aber es dachten schon alle genau dasselbe wie man selbst und deshalb spielt es keine Rolle. Diese Meinung hat keinen Wert zu sagen, Amazon wäre das bessere Investment, weil alle anderen denken das auch, die Risikoprämien sind nahe null. Bei Alibaba denken viele, oh da sind Risiken, deswegen sind die Risikoprämien hoch. In Summe können beides extrem attraktive Investments sein und diese Meinungsbildung, diese Evolutionäre, die bringt nichts mehr. Die hat keinen Wert an der Börse, zumindest in solchen effizienten großen Märkten. Anders sieht es immer aus, wenn man sich in irgendwelchen Nischen bewegt, wo man selbst Experte ist oder Insider ist. Das ist eine andere Situation. Aber für 99% der Situationen ist man ja kein Experte oder 99,9% der Fälle ist man ja weder Experte noch Insider. Heißt, in fast allen Fällen hat man, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich keinen Plan. Man weiß es nicht besser als der Rest des Marktes. Und das kann man jetzt erstmal so festhalten, dass man nicht einfach so sagen kann, das ist das Bessere oder das Schlechte. Also diese Urwalddenkweise, die funktioniert nicht mehr. Das ist an sich noch kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn man meint, sich anhand dieser Meinungen, die man hat, sich ein entsprechendes Portfolio aufbauen zu müssen. Also wenn ich sage, das hier Clean Energy, das ist die Zukunft, bin ich der Meinung, dass das besser ist und man sich dann das ganze Portfolio mit solchen Clean Energy Aktien bestückt, dann führt das dazu, dass die Risiken der eigenen Anlagestrategie extrem erhöht werden durch Klumpenrisiken. Das ist erstmal objektiv feststellbar. Die Risiken werden erhöht. Weil aber die Meinung, dass Clean Energy ein Trend ist, weil diese Meinung völlig bekannt am Markt ist, hat diese Meinung keinen Wert. Also man kann nicht damit rechnen, dass man durch diese Meinung, die absoluter Standard ist, dass man durch diese Meinung eine Zusatzrendite generiert. Das heißt, wir haben keine erwarteten Zusatzrenditen, weil man am Markt völlig bekannte Meinungen hat. Wir haben aber auf der anderen Seite Risiken. Und das führt dazu, dass in Summe die Risiken der Gesamtstrategie deutlich höher werden. Und genau das ist auch der Grund, dass Anleger, Privatanleger, vor allem Privatanleger im Schnitt, deutlich schlechtere Renditen am Markt erzielen als klassische Indizes, Indexprodukte. Das betrifft wirklich vor allem die Privatanleger, natürlich auch gewisse Institutionelle. Aber ja, das ist der einfache Grund, Risikoerhöhung durch diese Meinungsbildung ohne tatsächlichen Mehrwert, weil die Meinungen effektiv nichts bringen. Meinungen sind nur dann wirklich, die Meinung sollte man vor allem dann einfließen lassen, wenn man Experte ist oder Insider ist. Dann ist das eine andere Situation. Aber das ist man in fast allen Fällen nicht. Und deswegen ist es so extrem wichtig, demütig zu sein und sich auch mal einzugestehen, dass man eigentlich keine Ahnung hat. Und da muss ich mir auch selbst an die eigene Nase fassen. Da war ich vor einigen Jahren auch noch voll auf der Spur, wo ich gesagt habe, ich könnte Aussagen über Shell oder BP machen. Mittlerweile denke ich mir, ich habe doch eigentlich keine Ahnung von diesem Unternehmen. Und in jedem Fall habe ich weniger Ahnung als irgendwelche Experten, die sich 24-7 mit diesem Unternehmen beschäftigen. Also es gibt ja Analysten und Experten und Insider, die wissen das besser als ich. Aber ich, der sich vielleicht einmal die Woche so ein Unternehmen anschaut, das mache ich jetzt gar nicht im Fall von BP oder Shell, aber das ist doch realistisch bei einem Privatanleger. Wenn man sich einmal die Woche eine Stunde mit einem Unternehmen beschäftigt, wie will man denn da wirklich ein Expertenwissen haben, mit dem man wirklich Wissen hat am Ende, was der Markt nicht hat und wie will man dadurch auch noch Zusatzrenditen erzielen? Also man muss sich einfach eingestehen, dass man gewisse Dinge nicht weiß. Das ist ein großer Schritt mental, weil es so ein bisschen unseren Genen widerspricht, sage ich mal, weil wir sind ja evolutionär darauf getrimmt, uns Meinungen zu bilden. Man muss sich aber einfach an der Börse eingestehen, dass das an gewissen Punkten nicht sinnvoll ist. Wie handhabe ich das Ganze? Also, ich teile die Investmentwelt so ein bisschen in zwei Bereiche. Einen Bereich, wo ich mir überhaupt keine Meinung bilde und einen Bereich, wo ich mir ganz klare Meinungen bilde. Der eine Bereich, wo ich völlig meinungsfrei bin, ist der Bereich, wo Fragen reinfallen, wie soll ich jetzt in China investieren? Sind chinesische Aktien jetzt kaufenswert? Welche Aktie wird der nächste Ten-Bagger? Welche Branche läuft demnächst gut? Sollte man jetzt nicht Energieaktien verkaufen, weil das ist doch eine alte Branche, die ausstirbt? Solche Fragen, Fragen wie, welches Land sollte man sich jetzt kaufen? Was wird am schlechtesten performen? Was wird am besten performen? Diese gesamten Themen, die man mal so ein bisschen in die Ecke der Finanzpornografie, rücken kann, zumindest dann, wenn jemand meint, sie beantworten zu müssen und kein Experte dabei ist. Auf diese gesamten Fragen habe ich keine Antwort und dementsprechend auch keine Meinung. Natürlich, wenn mich jemand fragt, Anton, sollte man jetzt in China investieren? Da habe ich natürlich ein kleines Bauchgefühl dabei, aber dann muss ich den Kopf immer einschalten und sagen, okay, eigentlich habe ich keine Ahnung. Und bei klassischen, großen Aktiengesellschaften ist der Markt extrem effizient. Heißt, ich stelle mich einfach breit auf. Und das ist genau das Ergebnis in meiner persönlichen Strategie. Ich stelle mich extrem breit auf. Ich habe die ganze Welt im Depot. Ich habe fast alles an Sachwertinvestitionen, in die man, in was man investieren kann, habe ich fast alles in meinem Einkommensdepot zusammengefasst und bin da extrem meinungsfrei aufgestellt. Einfach, weil ich es nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, ob Biotech demnächst gut. Ich habe keine Ahnung, ob Energie demnächst gut läuft. Ich weiß nicht, was schlecht läuft. Ich weiß nicht, welche Länder die Länder der Zukunft sind. Das weiß ich nicht. Das muss ich mir einfach so eingestehen. Dementsprechend versuche ich gar nicht, diese ganzen Themen zu beantworten. Ich bin extrem breit aufgestellt. Ich decke die ganze Welt ab mit meinem Einkommensdepot. Mit rund 40 Titeln bin ich global extrem breit aufgestellt. Und das ist nicht nur aus Sicht der Gesamtrenditen extrem attraktiv. Also geglättete Renditen im Vergleich zu irgendwelchen Indizes. Trotzdem hohe Gesamtrenditen. Mein Fokus liegt aber natürlich auf den Ausschüttungen. Also ich erziele extrem verlässliche, hohe Ausschüttungskanditen. Also technisch ist das attraktiv. Entschuldigung. Und dazu kommt natürlich, dass das Ganze psychologisch extrem angenehm ist. Weil wenn ich mir eben nicht den Kopf über Dinge zerbreche, von denen ich keine Ahnung habe, wo ich auch keine Ahnung haben werde, dann ist es extrem entspannt. Ich habe einfach alles. Ich habe die zukünftigen Top-Performer. Ich habe die zukünftigen Under-Performer. Bin meinungsfrei am Markt aufgestellt. Und erziele damit sehr vernünftige Ergebnisse. Und erreiche vor allem mein persönliches Ziel als Einkommensinvestor. Nämlich hohe, verlässliche Ausschüttungen. Mit denen ich dann auch mal meinen Kurestand im Endeffekt finanzieren kann. Das ist so der eine Bereich. Der Bereich, wo ich einfach sage, ich kenne die Antworten auf gewisse Fragen nicht. Also versuche ich sie gar nicht zu beantworten. Weil selbst wenn ich mich da wochenlang damit beschäftige, werde ich dazu keine Antwort haben. Höchstwahrscheinlich. Ich lasse das einfach weg. Bin meinungsfrei extrem breit aufgestellt. Und egal was gut läuft, egal was schlecht läuft, ich werde vernünftige Ergebnisse erzielen. Und muss mir jetzt nicht wie diese ganzen Growth-Investoren Sorgen machen. Geht der Trend weiter? Weil selbst wenn Growth jetzt nicht mehr läuft, dann ist es mir egal. Weil ich habe Growth nur relativ niedrig gewichtet. Mit vielleicht 15%. Und wenn die Werte nächste Woche sich wieder verdoppeln, die ganzen Titel, dann freue ich mich, weil es gute Renditen für mich bedeutet. Und natürlich auch hohe Ausschüttungen. Also egal, ob es gut läuft, egal, ob es schlecht läuft. Ich bin von den Ergebnissen her gut aufgestellt. Ich habe aber auch ein, ja, es ist natürlich am Ende auch psychologisch extrem angenehm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, wo es darum geht, Instrumente auszuwählen. Also darum Fragen wie beispielsweise, ist dieser CEF hier gerade gut oder ist der gerade nicht gut? Ist dieser Holding gerade gut für mich geeignet oder nicht? Ist dieser Royalty Trust gerade kaufenswert oder nicht? Das sind Fragen, in denen ich oft das ganz objektiv beantworten kann. Weil ich mich extremst intensiv mit diesen börsennotierten, geschlossenen Kapitalsammelstellen beschäftigt habe. Also, ich habe mich monatelang mit diesen Titeln beschäftigt. Ich weiß ganz genau, ob ein CEF nachhaltig ausschüttet oder ob er nicht nachhaltig ausschüttet. Ich weiß, welche Kostenquoten in bestimmten Bereichen vertretbar sind. Ich weiß, zu welchen Bewertungen es sich lohnt, in bestimmte CEFs, Holdings zu investieren. Und ich weiß auch, wie ein vernünftiger Royalty Trust aussieht, wie das vernünftig gestrickt ist. Und dementsprechend habe ich da, wo ich es weiß, wo ich es objektiv feststellen kann, wo ich mir objektiv Meinungen bilden kann, Da habe ich diese Meinungen auch. Also, ich kann das. Ich kann sagen, dieser CEF zahlt verlässlich und nachhaltig diese 7%. Ich weiß, dieser Titel hat keine Quellensteuern auf Fond-Ebene. Oder aber ich weiß eben auch, was die Substanzzahler sind. Ich weiß, die Titel, ich kenne die Titel, wo Quellensteuern anfallen, die nicht anrechenbar sind. Heißt, diese Titel, wo ich weiß, sie sind problematisch, die lasse ich bewusst weg. Und die Titel, wo ich weiß, sie sind gut, die kaufe ich mir ins Depot. Aber das ist eben ein Bereich, wo ich mich extrem gut auskenne. Da habe ich eine Expertise und da nutze ich die auch. Und das spiegelt sich auch vollständig in den Ergebnissen. Aber da muss wirklich jeder für sich entscheiden, wo sind die Punkte, wo er sich besonders gut auskennt. Und ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster hinaus und sage, dass 99% der Anleger eben höchstwahrscheinlich gar keinen Bereich haben, wo sie sich besonders gut auskennen, wo sie eine Expertise haben. Und deswegen ist einfach der sinnvollste Weg, sich extrem meinungsfrei, wie ich es auch mache, aufzustellen. Und einfach extrem breit diversifiziert zu sein, dann geht man keine Klumpenrisiken ein. Weil ich stimme ja auch ein. Ich habe keine Ahnung davon, welche Branche, welches Land demnächst sich am besten entwickelt. Ich weiß, ich bin da demütig. Ich weiß, dass ich das nicht weiß. Und deswegen einfach breit aufstellen. Und wer sich jetzt fragt, wie ich konkret die CEFs, Holdings oder auch Royalty Trusts auswähle, der kennt ja mein Angebot. Da schildere ich, wie ich Titel bewerte, welche Titel ich mir aktuell ins Depot lege, warum ich sie mir jetzt gerade ins Depot lege. Und ja, könnt ihr einfach mal ein bisschen meine Strategie verfolgen. Ihr kennt das Angebot des Mitgliederbereichs. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch ein gutes und erfolgreiches Börsenjahr 2022. Und ansonsten hören wir uns dann beim Einkommensinvestoren-Podcast höchstwahrscheinlich wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Anton.